Hier ist der Fail. Fail des 100 fast. Die Demo ist mal geil. Oh, da ist ein Spielraum. Und läuft jetzt wirklich die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand. Auch gleich über das Spielfeld. Unfassbar. So was darfst du dir nicht erlauben. Und die Minuten gehen noch vorbei. Die Zeit ist weiter gelaufen. Indem der eben Ball in der Hand hat. Das hört sich hier an. Jetzt rennt er raus halt. Und ich renne die ganze Zeit natürlich mit dem Spiel dann hinterher. Und jetzt habe ich dann mit der Zange. Jetzt kann ich gar nicht mehr laufen.